Herzlich Willkommen zur Auflösung unseres Weinkrisses. Sind Sie ein Weinkonnoisseur? Meine Frau wird die Gewinner jetzt ziehen. Wir beginnen mit dem dritten Preis. Eine Flasche Blau de Noir. So, der Gewinner ist jannagel1988.gmail.com Der zweite Preis. Eine Flasche für Seko. Simon1997.gmail.com Und der dritte Preis. Ein grünes Probierpaket. Der erste Preis. Ein grünes Probierpaket. kershnee.gmx.de Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ja. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen angeschrieben. Und wir versenden dann kurzfristig die Gewinner. Körbünen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020